Die Schufa hat am 19. Juli 2023 in Wiesbaden VertreterInnen des Vereins Finanzwende mit offenen Armen empfangen. Anlass des Besuchs war die Unterschriftenübergabe einer Petition von Finanzwende zu einem vermeintlichen Kontoeinblick der Schufa. Die Schufa hatte den Verein zu Beginn der Petition zu einem inhaltlichen Austausch eingeladen. Auf die Unterschriftenübergabe folgte ein Austausch zwischen Schufa-Mitarbeitenden und den VertreterInnen von Finanzwende. Robert von Heusinger freute sich über den Besuch von Finanzwende. Die Schufa nimmt die Sorgen der Menschen, die unterschrieben haben, ernst. Das Treffen mit dem Verein Finanzwende gibt uns die Möglichkeit, den VertreterInnen aus erster Hand zu erklären, was die Pläne der Schufa sind und klarzustellen, dass die in der Petition geäußerten Bedenken unbegründet sind. Die neue Schufa steht für Transparenz, Erklärbarkeit und Fairness. Wir freuen uns deshalb sehr über den Besuch des Vereins Finanzwendes hier am Firmensitz in Wiesbaden-Schierstein. Schön, dass Sie dem Angebot des direkten und sachlichen Austausches gefolgt sind. Schön, dass wir endlich mal miteinander statt übereinander sprechen.